Stöger, Stumpf, Kasten, jetzt, und jetzt Kübauer, und der beineste Tor, 1-0, 1-2 in der 25. Minute, der Toll-Schütze, Dietmar Kübauer. Ja, ein Profi muss aber, darf kein Mensch sein. Das habe ich nie verstanden. Ein Profi ist genauso ein Mensch und macht genauso vieler, wie man ihn jede Woche macht. Dreimal. Dann ist es vielleicht Naivität oder Dummheit sogar. Aber ich glaube, dass ich das schon ein bisschen verstehe. Der setzt es so unter Druck und glaubt, es hängt jetzt für ihn ab. Ich habe immer gesagt, Junge, das ist ein Spiel. Ich glaube es mir, wenn wir verlieren, klar, gehen wir dann runter vielleicht. Aber mehr ist es nicht. Die Sonne geht morgen auf oder nicht auf, Sonntag wird auch, oder Montag wird wieder. So Trottelsprüche, aber die habe ich immer so gesagt. Ich habe immer gemeint, mir ist das wurscht. Fußball ist das auch nicht. Aber was nutzt man das, wenn ihr euch einsperrt und dass ihr euch geißelt? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020